So, da sind wir auch schon wieder an diesem Ort. Er geht gleich schlafen. Sobald er duschen war. Vor allem das Witzige bei den Sims ist, wenn sie dreckig sind, da ist die ganze Dings dreckig. Und wenn er jetzt Bart und die ganze Sachen sich ausgesucht hat. Ja, hat er gleich wieder saubere Sachen an. Ich gucke mal kurz bei ihr, wenn sie wieder von der... Auf 15 Uhr, also in drei Stunden kommt es ungefähr wieder. Wenn er in eigenem Betrieb steht. Wer kann denn von denen schon eine eigene Tierklinik machen? Mal gucken. Guck mal an die Option. Eine eigene Tierklinik wählen. Dann brauchen wir aber erstmal einen eigenen Platz dafür. Wir sollten vielleicht die Dame hier zu einer Tierärztin funktionieren. Das heißt, sie muss Bulli jetzt beibringen. Bulli, du musst baden. Sie kommt schon wieder an die Arbeit. Wenn wir ihre Bedürfnisse machen. Das ist Lunas Stein. Nein. Was war das? Im Training müssen wir gucken, wie es funktioniert. Nein. Sorry. Danke. Jetzt ist sie hierher gegangen. Das Tränen kann sie ja ruhig machen. Ja, das ist sie. Puh-puh! Puh-puh, Janusage. Puh-puh, Puh-puh. Gucken wir mal kurz, wie das Training zwischen dir abläuft. Er hat, glaube ich, die Tiererziehung schon fertig, bei ihm aus. Er muss noch Tiererziehung, sie aber auch, also wäre es doch gut, wenn wir nochmal zwei Hunde hätten. Statt Katzen. Mit Hunden kann man besser trainieren. Gucken wir mal. 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 Okay, da will ich mich nicht mal bewegen. Das soll er machen. Ja, du darfst gleich raus. Okay, jetzt kann es sein, dass sie es nicht mehr wollen. Hä? Da waren die durchgekommen. Hm, die gehen schon, wenn sie... Geh, Kuehba. Nein, dann kann der Hund nicht mehr in die Küche. Ähm, den Rest müssen wir in die Küche lassen. Lass mal den Tier nun nicht im Watt rein. Lass mal den Tier nun nicht mehr in die Küche. Lass mal den Tier raus können. Okay, er kann auch wieder. Lass mal den Tier raus können. Lass mal den Tier raus können. Adoptieren. Hopp, hopp. So. Okay, finden wir zwei Katzen, die mir gefallen. Dann dürfen wir bloß nicht. Oh, goidi. Oh, what? Jade. Hmm. Oh, we. Männlich. Männlich. Jeden ist eine weibliche Savanna Katze. Männlich, aber kastriert. Und den. Ist auch noch ein Kätzchen? Genau. Und weh, der fri- und frisst die Katzen. Männlich. Männlich? Sofia-St atacfaro. Ah, vamos mal runter. Haha, wasser im St soak? So, 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 pipa wapa boo. Dad, it's lungy. So, 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 oh, oh. Ah, noopsa. So. So, so. Erlaubtieren wir die beiden. Ja. Ja. Und aber noch ein Hund mit dazu im Haus. Das ist das Männchen. Das ist der E-Fix. Das ist die weibliche Katze. Die heißt Jaden. Warum auch immer die Katze Jaden heißt, dann heißt du die Tina. Oh, Jambara. So, so. Oh, eggnouche. So, sagen wir mal gleich noch zwei Fressnäpfe. Wir brauchen zwei Fressnäpfe. Wir wollen aber auch noch einen Hund erloptieren. Und wollen von jedem eigentlich auch Kätzchen sehen. Aber die Küche Das ist der Laser-Katzen-Klo. Wir wollen das in schwarz haben. Der Hund geht hier nicht rein. Das ist nur Katzen-Klo für... Hier dürfen nur die Katzen rein. Okay, das ist... Okay, das ist... Okay, das ist... Jetzt gucken wir mal hier... Jetzt gucken wir mal hier... Oh, für was noch? Die Katzen brauchen... Äh... Drei Körbe. Nein. Ich brauche einen großen Kratzbaum, boah, ich finde den hier toll. Ich brauche einen kleinen Kratzbaum, aber ich brauche einen kleinen Kratzbaum, aber ich brauche einen kleinen Kratzbaum. Ich brauche einen kleinen Kratzbaum, aber ich brauche einen kleinen Kratzbaum. Ich brauche einen kleinen Kratzbaum, aber ich brauche einen kleinen Kratzbaum. Ich brauche einen Kratzbaum, so Delft da super zu lösen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist ein Freistenruf. Kann sein Wurzeln. Sie wird doch was anrichten jetzt. Auf die Adoption. Adoption. Es muss doch nicht mal ein Hund sein, der sich fortpflanzen kann. Jetzt Katzen sich selber beschäftigen. Eine Hündin brauchen wir. Radua. Eika, eine weibliche Chihuahua-Hündin. Weiblich, Erwachsen, Cashew. Welpe, Men, also eher Gas. Was ist das für eine Rasse? So eine kleine Rasse war. Weiblich. Ja. Oder, was ist ein Welpe? Er ist doch ein erwachsener Hund. Erwachsen, Cashew Foxhund. Händlich kastriert. Händlich kastriert. Boxer. Weiblich. Was? Weiblich? Weiblich? Nehmen wir noch eine Hündin auf. Nehmen wir noch eine Hündin auf. Aber ich möchte... Erwachsen und sterrisiert! Erwachsen und sterrisiert. Händlich erwachsen kastriert. Weiblich. Weiblich erwachsen. Cashew, Foxhund! Gut, dann adoptieren wir sie. Sie heißt... also sie ist ein Jagdhund. Sie ist auch eine Hündin. Wir haben eine Lady gehabt, Luhn haben wir gehabt, deswegen nennen wir sie Lady. Ich möchte, dass Lady herkommt. Das wird auch erledigt. Wir haben jetzt vier Tiere. Eigentlich ist es gut, dass wir es haben. Lady ist denn für das Kind von den beiden? Luhm... Gluck, gluck, gluck. Dich, gluck. Das ist der Felix. Felina. Das ist der Felix. Das ist der Felix. Da ist der Wörter. Das ist der Wörter. Die Katze würdet ja wohl verstehen, was Dick von dir will, denk ich mal. Wir müssen das nicht anders machen. Spiel du mal mit dem Laserpointer mit, ja. Guck mal, ob die Katze auch ein Training haben kann. Die Katzen sind so niedlich. Ich find's toll, wie sie schnurrt, die Katze. Ja. 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 Auf den. Dieser Hund, der macht eher Dreck. Der ist schon schräg, wie das aussieht, finde ich. Der ist schon schräg, wie das aussieht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Sie ist jetzt zur Schule, wenn ich es richtig gesehen habe. Schippie, 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 ja. Super. Jetzt ist das andere Kätzchen dran. Nicht süß, dass er sich da um die Katze so kümmert. Müssen wir so noch einen dritten Platz aussuchen, wenn der nächste Hund weg ist. Mal sehen. Na, was machst du mit der Katze? Bleibt irgendwie er stehen? Kann nicht sein. Keine Ahnung, was hier los ist. Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir hier mal kurz Stopp machen. Und dann bis gleich Leute, also in den nächsten Tag sehen wir uns. Bye. Gut. Gut. Gut.